Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt, jetzt geht's los. Holy shit, okay, okay. Alter, endlich mal Impostor. Okay, okay, was machen wir? Was machen wir? Was mach ich eigentlich? Ich muss auch Quests machen? Oder was? Nee, das ist einfach nur markiert. Oh. Das war so schnell. Holy shit. Okay, Leute, Leute. Hä, warum ist es Liam? Ich geh aus dem Raum raus und genau da, wo er stand, ist jetzt die Leiche, Alter. Und das in eine Richtung, wo man, wo alle schon rausgerannt sind. Also, ciao. Was, wenn Costa einen gekriegt hat? Ja, ist echt so. Liam, erkläre dich. Ich bin da langgelaufen, so wie alle anderen. Und auf einmal, also, ich bin, ne, wir landen nämlich, so waren die alle da hinten, ne, ganz unten links. Dann geh ich nach rechts, geh nach oben und ich bin so Richtung Cafeteria gelaufen. Und jetzt beschuldigt mich Costa hier auf einmal. Die Geschichte muss doch wohl auf einem tatsächlichen Fall beruhen. Falsch. Sie ist völlig frei erfunden. Die Sache ist halt, aus dieser Richtung sind alle schon rausgeraufen. Ich war im Medizinsimmer, um mich zu scannen. Und ich sehe, wie du aus dem Winkel mich angeschaut hast. Dann bin ich rausgegangen. Und da, wo du standst, war es auf einmal die Leiche. Ich habe mich letztlich nicht gesehen. Fünf Sekunden, nachdem du mich angeschaut hast. Was war das so beeindruckend? Du rotst hier schon wieder. Ist so. Schon wieder. Ups. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Okay, ihr könnt jetzt mir oder ich. Wer, 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 würdest du jetzt sagen, Costa hat ihn jetzt umgebracht und würde dich jetzt anspürzen? Was weiß ich nicht, ob Costa ihn umgebracht hat? Ich war ja nicht da. Ich will nur sagen, dass ihr gesehen habt, wie ich mich gescannt habe. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen. Aber ich hätte Costa verteidigt, hätte Liam jetzt gesagt, ja, Costa hat ihn getötet, weil Costa konnte ihn nicht töten. Er war unmöglich, ihn zu töten. Ich hab gerade ihn noch gesehen. Er hat die Leiche gefunden und instant. Ja, okay. Er hat die Leiche gefunden und instant reportet. Also Costa kann es nicht gewesen sein. Deswegen glaube ich jetzt, dass es Liam ist. Ich kann's nicht sagen. Ich skippe. Ich skippe auch. Ich skippe auch. Der ist mir zufrieden. Weil aus dem Grund, Costa kann es zu 100% nicht gewesen sein. Ich hab aber auch sonst niemanden gesehen. Mir egal, ich spring auf den Vote Train aus. Auf den Vote Train. Ihr Narren. Das war ziemlich knapp, Alter. Holy shit. Ja, okay. Schreibt mir, liebe dich. Ja, okay. Ich muss halt jetzt schauen, dass ich hier ein paar Leute hole. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie gut, wie gut. Drei sind, ab drei sind viel zu viele. Ich muss zwei sein. Junge, ich liebe euch. Ich liebe euch, wie ihr mich verteidigt habt. So, Bonn hat schon angefangen. Ja, moin. Ich sag einfach, nicht suchen. Ich geh schnell aufs Klo. Die suchen einfach. Ja, moin, Digga. Aber ich bin auf jeden Fall, äh, Ding. Äh, Inno. Mal schauen, ob man hier irgendwo... Vielleicht die ein oder andere... Oh. Äh, warum gehen die... Muss man das Licht nicht irgendwo hier fixen? Ach, egal. So. Oh, wer ist tot? Oh, oh. Also, bei der Interest... Ganz kurz. Was ist an... Nicht suchen. Ich bin auf Kurve Toilette nicht zu verstehen. Nein, Digga. What? Alter, schreit einfach noch weiter rum. Das ist super effizient. Wenn du dich beschwerst, macht es sich besser. Also, zwischen... Zwischen dem Generator und dem Greenhouse-Weg war die Leiche auf diesem Durchgang. Welche Leiche? Keine Ahnung. Ich glaub, Vic... Ey, Jungs, ich... Ich war AFK. Ich bin so doll Inno. Ich kann gar nicht mehr Inno sein. Schau, du kannst dich den Vents nicht super schnell bewegen. Schnauze. Stimmt. Ich war in AFK im Spawn, aber okay. Also, ich möchte... Kostar denken, denn wir waren unterwegs in der Schleuse und haben ihn dann auch zusammen gefunden, als das Licht ausfuhren. Also, ich hab Sascha gesehen, wo er irgendwie so recht oben bei diesem Reaktor war. Da bin ich mit Kostar in diesem komischen Flur rumgelaufen. Hey, Kostar hat nicht gevotet. Das ist schon wieder sehr verdächtig, finde ich. Du bist mir instant suspekt. Ich sag am Anfang, ich geh auf Toilette, nicht suchen. Dann sucht jeder und du votest jetzt für mich. Ich vote jetzt für mich selber. Ich vote jetzt für mich selber, ist mir egal, Alter. So ne Scheiße. So ne fette Scheiße, Alter. Fuck. Ich hab jetzt leider auch Armin gewusst, aber es macht keinen Sinn eigentlich. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Das ist jetzt mies. Ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Ja, ich mute mich jetzt, Alter. Fuck. Oh Mann. Oh ja, Mann. Let's go. Okay. Boah, ich hoffe, sie hat jetzt Sascha gekillt. Das wäre so wichtig, Alter. Das wäre so unglaublich wichtig. Ah, nein. Ah, ja. Wenn ich jetzt einen kille, ist halt auch so ne Sache, ne? Ich könnte hier reingehen. Kurz mal. Oh. Oh, 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 oh. Okay, ich glaube, ich schau einfach mal, wen ich so killen kann. Ich snap. Okay, let's go. Was? Was? Oh mein Gott. Digga, Kylie, du Legende. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind so heftig. Das waren 30 Sekunden. Alter. Digga, ich wusste nicht, dass du gegen John Wick und Bruce Willis spielst. Nice, Alter, wie geil.